hey ihr töften teams und willkommen zurück zu let's play 7day so da mit dem genix mit mir wir haben letztes mal pistolen gefunden das war richtig geil und ich habe mir heute als ziel gesetzt wasser zu holen ganz viel wasser soll ich die bottles dir auch geben wenn du schon wasser holen kannst du das ganze zeug was du hast da bin ich ja das nicht zusammenpacken geht nicht fünfzehn und sieben habe ich jetzt schon hast du erwinnen weh du schießt alter ich die pistole weg das ist voll gefährlich ok was heißt bottle mokey water als schmutziges wasser kommend kommend zeig dir das geht kommst jetzt hierhin feuer schaust dass da was drin ist an holz dann machst du das gehst du auf macht es halt an und dann kannst du das murky water kannst du dann zu normalem wasser kochen ok das findest du schon raus irgendwie das geht schon ich habe mich jetzt auf in den endlichen weiten das wasser zu finden das da irgendwo entlang des weges war hoffentlich nicht zu sterben ich meine ich habe eine pistole dabei das nicht das problem genau ich guck noch mal ob man hier wir bräuchten unbedingt fucken oder sowas ja heller wird so echt cool wir brauchen aber talhof keine ahnung talhof keine ahnung wie das geht macht man den talhof tal da gibt es kein rezept mal schauen da oben müsste der wasser punkt sein in unserem alten lager noch so wie sieht es denn aus brauche ich denn wasser ja ich brauche unbedingt wasser kannst du es ja trinken wenn das normal ist jetzt nicht mehr ja das ist ganz normales wasser besser schon mal nicht schlecht aus 42 prozent gleich wow ja gut ich bin gleich bei der wasserstelle die nester nach ob da irgendwas schon mal ich bin voll in die stacheln reingehüpft das tut doch weh bin ich jetzt noch verletzt ist jetzt eher die frage ok ist nichts davon ist noch ein ich glaube das ist aber auch ja ich würde sowas von verrecken ich habe noch eine bandage dabei oder so dann werde ich noch mal kurz spielen weil wir haben ja noch ein paar skill punkte so das schluss wollten wir auch noch machen ähm und rugs mining tools ähm da healing athletics dann komme ich wieder und dann level ich mein zeug auch noch ein bisschen hoch pistol cool but to more damage with handgunks can skill be using item for this group hört sich doch cool an ja oh mein typi friert ein bisschen ruffle 43 grad fahrenheit hat er nur das ist glaube ich nicht so gut ok ach da mal auf 3 ähm ja jo armor ok dann kann man das auch machen armor ist auch ganz cool steigen armor heavy armor dann ähm survivor oh ja run first run ok das kann man nicht erledigt ähm so bin gleich wieder da ok ähm so kann man denn noch so und das habe ich auch das kann was vorher machen weil sonst äh verrecke ich nämlich turn on nice ah schön ach ich kann keine mehr machen alles klar oder kann ich mir noch mehr machen dann äh please spotted water fünf skill punkte aber irgendwie guck quests richtig richtig schön viele passen kill infected policemen ok ich weiß nicht was place wood frame bedeutet ich habe auch keine ahnung was für ein wood frame ähm place wood frame place wood frame platziere holzrahmen ich kann sie ja trotzdem dann wieder abbauen kein problem dann läpple ich mein charakter auch mal skills archery athletics wollen wir archery athletics wie mache ich das denn ganz kurz da hier kaputt haben ja level 3 section wow hm ach wollte ich mir jetzt auch mal wooden plate upgrade wooden frame update irgendwas ich glaube man muss sowas craften ach ich habe ja kein wood mehr nochmal hier äh gleich ich geh mal kurz mal ein bisschen wieder ja mach das auch noch ein bisschen fleisch in der zwischenzeit dann können wir vielleicht hier das Loch mal wieder zumachen weil das sieht ein bisschen hässlich aus ja mach das mal äh vielleicht schon natürlich auch kochen das war dumm egal ich muss gerne die quest erstmal beenden weil umso weiter man die quest hat umso mehr kann man dann vielleicht später auch machen weil dann hast du oben recht auch eine quest oder ich habe keine quest die hast du nämlich selbst aktiviert achso achso jetzt muss ich auf das fleisch warten weil ich das wasser erst rein habe na toll naja hauptsache dass genug äh holz noch drin am ende aber schon krass wie viel holz da drauf geht gell ja naja aber ich meine ist halt nix ja das stimmt besser ein bisschen holz rausschmeißen bevor man nichts hat genau so was ich jetzt noch brauche sind steine ganz viele steine ach das habe ich äh keinen linds mehr du hast nur die eigentlich her gehabt die ganzen steine äh ich habe da gegraben auf einmal hatte ich so viele keine gehabt iron pickaxe da forged iron und holz habe ich nicht sogar forged braucht man 5 dafür oder ich habe für die nächste mal eine ganz gute idee echt die da wäre ähm meine ne meinen nach unten nach unten ja das geht natürlich ja dass wir das stein problem nicht mehr haben ja vielleicht finden wir ja da auch ein bisschen was anderes ähm ach ich weiß nicht aber auch steine bekommen ok ich muss nochmal kurz zurück ins haus so da ist das haus ich ich hau mal hier grad so ein bisschen gegen den stein ok ok ja so geht es natürlich auch war schwachsinnig teilweise aber es funktioniert teilweise auch sagen wir es mal so mehr davon haben wir uns ja aber eine schöne hütte finde ich schon ja das ist schon mal nicht schlecht also ich finde das auch sehr ansehnlich ich meine für eine zombieapokalypse ist das ding echt nice auf ja genau habe ich hier von diesen das hab ich wieder von sich behaupten glaub ich wenn du plant jeweer äh dings haben willst ich habe da so viele davon 824 Stück hm ja 3 craften komm bin ja auch rasen gew vocal genau War es ja auch, ne? War mal schon so ähnlich. Das ist auch. Ja, ja. Hab ich schon immer gemacht. So, hier sieht man vielleicht mal die Aussicht. Das ist ein bisschen verkohlt hier, hm? Ja. Tolle Aussicht. Nur ziemlich bewegt hier oben. So, ich crafte mal 75 Pfeile. Okay. Ich hab jetzt 75 Pfeile gleich. Also, dann scheitest du mir jetzt nicht mehr. Da, oh. Schon 55, 57. Ach du Scheiße, Haltbarkeit, ey. Machen wir auch schon richtig viel Wasser jetzt mittlerweile. Kannst dir ein bisschen was abholen, wenn du willst. Ich hab noch ein leeres Gefäß. Komm, komm, komm hierher. Da, kannst du hinkommen. Will? Und dir ein bisschen was nehmen schon. Ach so, hier, hier. Nimm dir mal die 11 oder so. Die 11 kannst du dir ja nehmen. Die 11 oder 12, die da drin sind. Ach so, ich kann ja nicht, wenn du drauf zugreifen. Warte noch ganz kurz, warte noch ganz kurz. Dann kannst du die gleich mitnehmen. Dann gib ich ja schon mal... Wo hast du denn ein Feld gefunden? Oder, oder... Was hab ich gefunden? Hast du, hast du ein See gefunden oder was? Ja, ich bin zum Alpen zurückgerannt. Da, wo unser erstes Lager war. Ach so. Da war ja auch der kleine See da. Das weißt du noch? Ich wüsste es nicht mehr, wo das ist. Oder sieht man das hier? Ne, das ist genau in die Richtung. Genau in die Richtung die Straße lang. Ah, okay. Weil man sieht schon, was wir so erkundet haben, ne? Da sind wir ja... Kannst du das Wasser übrigens alles nehmen, diese 13. Wasser kannst du alle nehmen. Oder diese, die zwei auch noch dazu, äh, die 15 halt. Wie gesagt, kann doch nicht. Fleisch. Oh, lecker. Oh ja, Essen und Dings, äh, obwohl Essen hab ich ja hier noch was. Geht. Ah, gab mich jetzt nicht so viel. Ich muss schon mal Holz, weil ich kann da eh nichts drauf zugreifen. So, Essen und der Prozent, trinken muss ich auch ein bisschen. Trinken. Und nochmal. Hey, warum kannst du nicht drauf zugreifen? Komisch. Ach so, jetzt, jetzt, ach so. Jetzt war ich noch drin, war sorry. Sorry, deswegen kannst du das die ganze Zeit nicht, das tut mir's leid. Ja, kein Problem. Ähm. Nimm einfach das Ding raus, das Fleisch, was noch drin ist und das, äh, wenn's dann halt fertig ist, weißt. Ja. Kannst alles rausnehmen. Soll ich alles rausnehmen? Oder warte, dann, äh. Äh, das Wasser, nimm das ganze Wasser raus, das ganze Wasser auch, das ganze Wasser, was drin ist, das Output. Das gehört alles dir. Okay, nice, dankeschön. Ich hab ja selber noch 15 Flaschen davon. Und das Fleisch soll ich, äh. Das Fleisch kannst du auch nehmen, ja. Okay, jetzt hab ich alles, äh. Ja. Man denken auszumachen auch. Zack. Wollte noch nichts verschwenden. So, dann hab ich jetzt auch noch, äh, ganz viele Pfeile. 81 am Stück. Oh, gelassen ist mir erstmal egal. Ähm. Muss ich noch mal Fixes machen? Wir haben jetzt Tag 5. Ich suche mal hier. Equipment, Drop. Ja, mal schauen, ob ich da noch irgendwas... So, wir holen noch mal ein bisschen Holz. Oh, Zombie. Guten Tag. Grüß Gott, wie geht's Ihnen denn? Und er ist tot. Äh, ich hab nochmal draufgeschossen. Schade. Gucken, was er dabei hat. Nichts. Da ist noch ne alte. Lass sie doch erstmal rüberkommen. Ey, da sind mehrere. Eins, zwei, drei. Wir sollen ruhig herkommen, das ist mir scheißegal. Wir haben ja noch unsere Verteidigung. Wozu haben wir sie denn gebaut? Kommen die durch? Nee. Oh, gut. Passt doch perfekt. Ich schätze, dass diese Asche-Zombies durchkommen, aber das ist ja erstmal egal. Und die können wir uns an die Einzelnen kümmern. Schau mal, wie die gleich die verrecken einfach. Oh, der eine krabbelt. Doch nicht. Ich bin dabei. One meal. Okay. Dann hol ich schon mal schon Holz. Ja. Ist ja alles super. Kommen wir ja. Ja. Wenn das Wetter mal ein bisschen schöner wäre, wäre es ziemlich cool. Aber nein. Da hin, platz auch ein bisschen. Dann schau ich mal kurz, was da drüben noch ist. Weil haben wir nämlich noch ein bisschen was noch nicht erkunden. Oh, das ist noch ein komplexer Krieg. Ach komm. Am liebsten würde ich ja mal die Pistole probieren, aber das ist ein bisschen ein Ding, das ist ein bisschen heftig sonst. Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß auch nicht. Oh, da hast du geplatzt. Wenn wir so eine Situation haben, lohnt es sich einfach nicht. Ja, das stimmt. Oh, der hat einen Toolknauf dabei. Das ist ja süß. So, noch schnell den Baum fällen und dann müssten wir auch mal langsam wieder die Feuere wenden. Geht immer so schnell, gell? Ja. Unglaublich. Dann gehe ich doch wieder zurück. Ich wollte nämlich gerade mal kurz über den Hybrid laufen und schauen, was da ist. Aber das ist erstmal egal. Dann gehe ich zurück. In unserem Haus. Dann haben wir bald Tag 7, ey. Das machen wir heute noch, ey. Das ist egal. Es ist halt schon 23.44 Uhr, aber das machen wir heute noch. Tag 7 wird heute noch gemacht. Habe ich Bock drauf. Gut, bist du bei unserem Haus? Ey, warte einen Moment. Ich stöß noch schnell. Zerhaxen. Ja. Hab's gleich. 40, 31, 22, 13, 4. Komm mal. Äh, ja. Da hinten fällt der Baum, ja. Ich seh's. Hast du gesehen. Ja. Äh, sieh das nochmal. Zack. Habe ich's angelockt werden. Komm schon. Jetzt. Jetzt. Wollen wir kurz daheim sind, geht die Puste aus. Ja. Schießt ihr gleich mit Pfeil und Bogen ab. Nein, Quatsch. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wenn's nicht gefallen hat, gib uns gerne da hoch. Wenn nicht, gib auch gerne da runter. So viel mehr. Wir freuen uns. Wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Wenn sie da heißt, let's play 7 days to die. Schaut gerne beim Jax vorbei. Oder auch bei mir. Und, ihr habt einen Prügel und ich hab Knochensplitter. Und dann würde ich sagen, bis dann. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.